Marigny zu sichern. So kontrollieren wir die Straßen und pflügen quer durch Frankreich nach Paris. Die Befreiung steht bevor. Die Jungs und ich, wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Der Weiss, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmähling gegen Lamotta. Schmähling würde Lamotta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmähling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nur starken Schwarz. Ach, genug davon. Okay. Was ist mit Louis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Louis 1938? Der Winn der Winn der Winn. Ich habe gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marigny. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Oh. Ach, gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freue mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marigny einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassman selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Okay, erstes Badu. Wir rücken ab. Na los, na los. So eine Wunde ist erst in acht Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja? Das ist ein feuchten Dreck wert. Es geht Ihnen gut, hm? Er hat mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Krötzen Sie nur bitte nicht ab. Panzer unterwegs! Gut festhalten! Es wird eine harte Fahrt. Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich. Wie ein Tiger den Hirsch mag. Na los, na los! Unterm Strich hältst du tapfer durch. Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triebst? Kasserienpass hat meinen Freund verloren. Ja, brachte ihm Artikel 15 und eine Degradierung. Wir sind also eine Streichkollern. Ja, langsam kapierst du es. Deshalb wird er niemals aufgeben. Er tötet, um es zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Scheid futtern! Du hast gerade gefuttert! Scheiße auf Toast zählt nicht. Hey, wie wär's mit Barbecue, hm? Wir hatten keine Chance. Das wär's dann mit dem offenen Saar. Das ist jemandes Sohn. Nein, nur ein Deutscher. Daniels hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart... Die aufregend. Marlene Dietrich. Gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen. Die Druckerpresse, Elektronenmikroskop. Frankfurter. Ihr macht nicht fertig. Hört ihr das? Es kommt hierher! Schreibe die Stuttgas! Heiß! Hier! Rüttung, Falter! Falter! Runter von der Straße! Wir umkreißen sie! Los! Wir müssen unsere Schermans beschützen. Was ist Blattfeuer, was wir da hören? Wir müssen eine ihrer Kanonen einnehmen und diese Stuttgas runterholen. Nachhut! Entwesen ihr Scheune! Scheiße! Alle runter! Sehe sie! Wir müssen die Entwesen aushalten vor! Plackiert sie links und rechts! Los, los, los! Los, weiter! Auf ihn erwischt! Nichts ab! Ach, Südosten! Schreibe die Granate! Kuh! Die Deckung! Feuer erhöht! Da ist seine Granate! ich bin leer geschlossen Lade, da, da! Hau! Nicht mit! Volk im Tor! Wir müssen den Eifel erschaffen! Geht vor! Hau! 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 Er ist erledigt. Ziel auf 11 Uhr! Fenster! Rücke vor! Hruke vor! Hau! 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 Ah! Ich sehe Sie! Wir müssen die Bands vor! Hau! Hau! Du greif im N stays! Geh rüber damit! Ja, bereit für Munition! Hier, Daniel! Begegnet euch zu uns! Sie brechen aus! Jetzt! Auf die Felder! Wir müssen zu uns! Karteil! Zähl auf 7 Uhr! Sie ist! Bein Sieg aus der Denkung! Sie kommen von Aspen! Deutsche in Bedingung! Bein Sieg aus der Denkung! Ungeschützte Infanterie! An den Sandseck! Sie gehen aus der Denkung! Kontakt 2 Uhr! Walter! Halt den Visier! Bringt Sie zurück! Den Ungeschütz! Direkt weg! Wir müssen was froh! Gehen auf 1 Uhr! Und jetzt! Sie kommen die Wehung! Bein! Höch! 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 Weg! Pass auf! Wohin du schießt! Granaten weg! Höch! 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 Gehen leer! Sah alle nach! Höch! Sie sind auf der Deckung. Weiter, ich versuche es zu ziehen. Los! Fuß nachladen. Gewehre bereich machen. Lecks! Sie nähern sich aus dem Nordostel. Scheiß auf den Führer. Bewegung! Wir geben auf, Feuer einstellen. Ihr zwei, verlassen diese Gefangenen. Daniel, weiter vorstoßen. Vereilung, wir los. Bewegung, Bewegung. Leuchte, bleib. Leuchte, bleib. Lukas machen unsere Panzer fertig. Die Panzer brauchen Hilfe. Wir müssen die Flak hinter diesen Beinen raushalten. Leuchte, bleib. Wir haben irgendwas vor. Leuchte, schießen die Ausbrecher aus und helfen uns im Panzer. Wir müssen von sieben vor. Wir müssen weg uns, wir müssen weg uns. In die Füße. Wir müssen weg uns. Ich brauche Munition, Sir. Das ist für Sie, Private. Die Bomber machen unsere Panzer fertig. Schalten Sie sie aus. Da kommen Sie! Zwei Uhr! Such das Schuss, Daniel! Wir rennen, Kante! Das sind unsere Flugzeuge. Der Typ am Funkgerät klingt sauer. Die Krautfresser wissen nicht, was los ist. Da kommen mehr vor uns. Direkte Treffer. Ziel zerstört. Zehn Uhr hoch! Fünf Uhr! Auf sich! Acht Uhr! Direkte Treffer! Neun Uhr hoch! Das sind zu viele! Konzentriert! Hoher Anflug! Auf halten, Daniels! Das waren alle! Gut gemacht, Daniels! Hey, das ist Perez! Hey, Perez! Alles okay? Meine Kumpel Mills hat's in einem Hinterhalt erwischt. Aber das haben sie bezahlt. Die Stellungen sind durch Paks geschützt. Wir müssen uns darum kümmern. Okay. Pearson, führen Sie Ihren Schützenteam durch die Plantage und suchen Sie einen Übersichtspunkt. Schwächen Sie die Paks. Ich leite den Angriff mit Perez. Ja, Sir! Daniels! Jasmine! Sie kommen mit! Na los! Perez sagt der PAK 38er, oder? Was sind das für Dinge? Deutsche Artillerie! Panzerkiller! Hast du das Memo nicht gelesen? Was sollen wir denn gegen Panzerkiller ausrichten? Das habe ich mich auch gefragt. Eine von unseren! P 47! Verdammt! Wäre ich nur schneller an der Flak gewesen! Mach dich nicht fertig! Das sind Zivilisten? Das ist ein Kriegsverbrechen! Start los! Hier ist ein Aussichtspunkt! Wir kämpfen hier gegen Nazis! Feldstecher raus! Da sind Perez und die Jungs! Die fahren direkt in die Hölle! Wir müssen die Paks-Schützen ausschalten! Allemann, Feuer frei! Allemann, Feuer frei! Ich sehe zwei Paks! Daniels, schalte die Mannschaften aus! Geben Sie das Scharfschützengewehr, Daniels! Ich bin so nah da! Erregung! Die nächste Paktmannschaft ist erledigt! Die Beine ist noch übrig! Erregung! Erregung! L parallel! Geben Sie die units! Unter des Panzers zu sehen! Geben Sie hier! Dritter, Klaxon! Heht ihr nicht! Das sind die Vorgaben von der VK-38! Z Hammer! Der feuert auf unsere Pfanne! Alles klar! Der VK-38 Versch conceiveen, derjenige! Unsere Pfanne haken vor! Beziehen Sie die Fl buildings in den Gräben! ja alles sicher hinter den Hecken, hinter den Panzern sammeln alle Mann sammeln, sammeln setzen wir diese Reine nur sinnvoller alle Panzer vorwärts FD-240, hinter den Panzern bleiben hinter den Panzern in Deckung da laufen Deutsche, auf dem FD-240 zieh' die Luft von Ostern, schnell Platz hier in die Technik hat die Speziekung auf dieses MP42ài Saar nächste Seite, заётся Feuer ab Podcast Feuer Paw mercy verletzt auf den verbandkasten du bist versorgt kumpel auf Schnapp dir ein Gewehr mit Tiefembräuern und fangt den Verpacken aus. Ich sehe drei Paps. Schieß auf die Munition. Daniel, hab einen Verbandkasten. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Fangt. Schieß auf die Munition. Schieß auf die Munition, Schumpel. Schieß auf die Munition. Daniel, weiter so. Schieß auf die Munition. Schieß auf die Munition. Schieß auf die Munition. Die Panzer bewegen sich. Wir müssen die Gräben räumen. Danke für die Feierausausstückung, Daniel. Direkt voraus. Schieß auf. Schieß auf die Munition. Schieß auf die Munition. Kontakt 1 Uhr! Sie kommen von Südosten! Auf den Boden, Deutscher! Hey! Es ist Turner! Es geht Ihnen gut! Turner wartet! Vereilung, Daniels! Lieutenant! Still! Offizier anwesend! Okay, zuhören! Charlie-Kompanie wird nahe der Kirche angegriffen. Sie brauchen Munition und Feuerkraft. Schicken Sie einen Trupp los! Sir, wir sind schon ausgedünnt! Es geht noch dünner! Ja, Sir! Scheiße! Wir können die Jeeps nehmen, aber wir brauchen Panzerunterstützung! Das ist der Plan! Perez! Pearson folgt Ihnen mit dem Trupp! Geht nicht! Wir haben Befehle von Collins! Wir gehen mit der Elften nach Westen! Verdammt nochmal! Den Jungs, da läuft die Zeit davon! Ihr macht es allein! Nehmt die Jeeps und los! Schnell! Alles klar! Dann mal los! Charlie hat Scheiße am Arsch und wir haben das Papier! Mal los! Wo geht's nach Marigny? Folge dieser Straße! Es ist das übernächste Dorf! Beide Kurven voraus! Sonst! Die Straße gabelt sich da vorn! Achtet auf fliegende Deutsche! Die laufen genau auf die Charlie-Kompanie zu! Wir müssen vor ihnen da sein! Fahre links! Machst du! Thengel! Deutsche voraus! Reizer! Feck! Bleib gut! Ah! Panzer voraus! Vorsicht! Das war knapp! Für Schuss! Brauchen unsere Entschützung! Seid festgenagelt! Sind fast da! Festhalten! Rücken raus! Ha! Wohlen! Halt nicht mehr lange durch! Rechts! Draht nach rechts! Das, Mann! Nimm das Schlenkrad! Halt nicht mehr lange durch! Halt nicht mehr lange durch! Die Straße ist nicht! Da ist eine Öffnung! Festhalten! Wann sind wir drüben? Haus auf der rechten Seite! Wir rennen voraus! Bleib hinaus! Sind fast da! Festhalten! Wir sind überall! Da kommen mehr! Nach links drehen! Nicht nachlassen! Mehr hast du nicht drauf! Wir ziehen die Kurung! Auf der rechten Seite! Ein Umkreis bei der Straße, sicher! Alles sicher! Herkommen! Dieser Stress bringt mich um! Zieh mir jetzt nicht weich, Murphy! Danke für's prünktliche Erscheinen! Danken Sie Captain Davis! Das war sein Befehl! Okay! Die Sonne geht bald unter! Sie kriegen eine Atempause! Verzeihung, Sergeant! Ja! Die halbe deutsche Armee ist auf der anderen Seite der Gebäude! Sollten wir vielleicht einen besseren Platz suchen für einen Perimeter? Sicher, Private! Vielleicht ein nettes Zimmer im Ritz! Sir! Er hat nur Angst! Vielleicht sollten Sie sich um Ihre Probleme kümmern! Ihre Seite sieht verdammt beschissen aus! Mir geht's ganz toll, Sergeant! Daniels! Passen Sie auf ihn auf! Nur Stolz ist gefährlicher als ein Feind im Gebüsch! Ausruhen, Männer! Mach ihn nie bei Sonnenaufgang! Ich kann nicht glauben, dass ich wieder an Sassmans Seite stehe! Er schlägt sich gut, wenn man bedenkt, dass wir uns gerade meilenweit durch Welle gekämpft haben! Man sollte meinen, dass Pearson Rücksicht auf ihn nehmen würde! Falsch gedacht! Drei! Für mich! Herr Liebersicht! Mit dieser Aktuellen wurde der Weg mit dem Weg gemacht! Ich möchte ihn nicht mehr im Gebüsch! Oder was er so? Daher schlägt mich wirklich immer wieder! Ich kann mich auch mal wiederholen! Das Ganze nicht nur mit Geschenken! Tae 그런 Verlier? Ich kann mich jetzt wiederholen. Ich kann mich auch! Und wenn ich in den Seite! Och das mache mich mal wieder, ich kann mich nicht mehr! Vielen Dank.